Ich zitiere hier die Worte von Bruno Gröning über das Thema Heimgehen. Christus ist immer unter den Menschen. Er ist nicht tot. Es gibt keinen Tod. Es gibt nur eine Erlösung. Der Mensch, er kommt und vergeht wie die Blumen, wie die Bäume, wie die Sträucher. Eines wird vom anderen abgelöst. Heute stehen sie posten auf dieser Erde. Von Zeit zu Zeit wird man abgelöst. Und so werden sie auch abgelöst. Ich auch. Alle Menschen müssen sterben. Ich auch. Den Körper wird man in die Erde legen, aber ich werde nicht tot sein. Wer mich rufen wird, für den werde ich da sein und ich helfe weiter. Aber dann wird jeder aus sich die Hilfe und Heilung erleben. Der Tod Freilich, gegen den Tod stehe ich nicht. Ein Leben, welches ablaufen muss, kann ich nicht verlängern. Aber ich kann von der Qual befreien, wenn das Leben noch läuft. Ich füge mich in allem in das, was Gott will. Christus ist immer unter den Menschen. Er ist nicht tot. Es gibt keinen Tod. Es gibt nur eine Erlösung.